Hallo, ich bin Annalena, ich bin 18 Jahre alt und mache gerade meine Ausbildung als Automobilkauffrau im Autohaus Schmolk. Ich habe im September frisch angefangen, bin also gerade in meinem ersten Ausbildungsjahr. Ich habe mich auf mein Bewerbungsgespräch vorbereitet, indem ich im Internet recherchiert habe und auch auf der Homepage von Schmolk mich weiter darüber informiert habe über die Firma und auch die Geschichte davon. Ich bin gerade im Service, dort führe ich Kundengespräche, mache Termine mit den Kunden aus, schreibe Werkstattaufträge vor und stelle auch Autos, Firmen zu oder fahre Kunden nach Hause. Ich bin auf der Lusier-Torrent-Schule, das ist eine Partnerschule von Walter Eugen. Dort habe ich sozusagen A- und B-Wochen, in der A-Woche habe ich Einmarschule und in der B-Woche habe ich Zweimarschule. Falls du dich für den Ausbildungsberuf interessierst, kannst du dich gerne über den Link weiter informieren oder dich direkt auf unserer Homepage bewerben.